Spiel 9 Fehlerbilder Punkte hat Okay, Freunde, Steuerung Drücke die Y-Taste oder die Punkte Das sind wir nicht Bewege den Zeiger mit der Maus und bestätige deine Auswahl mit der linken Maustaste Okay, machen wir Los geht's Doch, wollen wir uns nicht angucken Machen wir direkt Feuer Okay Ja Ja Okay Ja Es gewinnt der Spieler, der zuerst 6 Punkte hat Ja Okay, Steven, weiß ich Bescheid Achtung, jetzt geht's los Los geht's Äh, ach du heiliger Okay, okay, okay Ich seh's Ich seh's Wie markiere ich denn? Ja, hier halt, ne? Achso, ah Richtig Yes Ach, 6 Punkte, achso Ja klar, ich hab's ja nur 3 Mal gezeigt und trotzdem schon wieder vergessen 6 Punkte Äh, ja Okay, mal gucken Ach, Leute, wo ist er? Wo ist er? Hier ist kein Fehler, ich seh keinen Was? Wo denn? Du siehst ja Fehler, wo gar keine sind Was? Was sieht er denn da? Ich sieht einen blauen Himmel, okay Äh Ach, tatsächlich, das Ding fehlt Okay, manchmal ist man so blind irgendwie, oder? Ah, oh je, okay, das ist einfacher Das dürfte eigentlich Ach ja, ah, äh, Wasser, Wasser Ich wollte schon hier, hier Böp Ups, okay, hier der Schwanz Bing Bravo, du hast den Fehler gemacht Jawohl Achso, ich kriege auch noch den Punkt Ich bin noch konzentriert und motiviert Naja, ich hab ja ne Oh Mann, ich hab die Regeln 5 Mal vorgelesen Kennt ihr das, wenn ihr, äh Ihr wollt auf die Uhr gucken, die Zeit Ähm Guckt, guckt auf die Uhr Aufs Handy, meine ich Guckt aufs Handy Packt das Handy weg Habt die Zeit wieder vergessen Musst du nochmal gucken Naja, so geht's mir auch gerade Okay, neues Bild Ähm Ja Ähm Ach Gott Na, Rab Hast du es gefunden? Was? Ist der dumm? Er macht einfach nur einen Kreis im Himmel Ist gedacht Warum? Trab, Junge Ah, tatsächlich Ich find ne Zinne Oder wie man das nennt Interessant Trab, Mensch Mach doch den Kreis im Himmel Äh Okay Nächstes Bild Ähm Ne, das ist da Das mal hier Ne, auch nicht Äh Irgendein Ast wird ja wohl fehlen, wa? Irgendein Ast oder so Oh Gott Das ist ja so verwinkelt Es ist bestimmt Na, wo machst du den Kreis hin? Und das ist in der Tat Ah Ah, tatsächlich Der Ast geht hinten rum Wow, nicht schlecht, meiner Nicht schlecht Nicht schlecht Oh, okay Oh, die sind so lecker Diese Dinger Wie heißen die? Makaronen? Sind die das? Ist das das passende Schild? Scheiße, die sind so lecker Ich hatte mal Makaronen Wenn die das sind Von so einem Richtig Guten Irgendwie Weltmeister Im Makaronen Wenn die so heißen Blablabla Macher Äh, Bäckerei So ein französischer Oh, ich hab überhaupt nicht Aufs Bild geguckt So ein französischer Der überhaupt ohne Scheiß Der wollte glaube ich Weltmeister Im Diese Dinger machen Und die waren So unglaublich lecker Aber gut Jetzt muss ich erstmal Aufs Bild gucken Das ist ein sehr schnelllebiges Spiel Ähm Wo ist es? Wo ist es? Ich hab da keine Taktik Muss ich euch sagen Was? Wie schnell er drückt? Oh, der Hab Tatsächlich Okay Jetzt muss ich mich langsam Mal zusammenreißen Hier Der Hab kommt wieder ran So wollen wir das aber nicht Okay Okay Wo haben wir den Fehler? Die Flagge Ist richtig Ich guck immer Ich weiß ja nicht genau Was ich gucke Ich guck random Auf irgendeinen Punkt Und guck dann rüber Ob der da fehlt Ich schätze mal Das ist auch die richtige Taktik Aber Vielleicht habt ihr ja Eine bessere Möglichkeit Wie ihr das macht Das könnt ihr mir gerne mal sagen Das gibt's doch nicht Ja Das ist das Was? Ach da Oh Heilige Mutter Okay Okay Das ist easy Komm das kriegen wir hin Oh Fehlt hier was Es wird ja wohl Eine Figur sein Rot Grün Blau Gelb Schwarz Hä Wie sieht alles gleich aus? Ha Ha Nein 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 Da unten rechts Das schwarze Ding fehlt Da unten rechts Das Ding fehlt Und ob es richtig ist Oder nicht Sagt euch gleich Das ist falsch Äh Ich Also Das ist falsch Ha Genau Runden rechts Ich hab's gesehen Ich hab vergessen zu buzzern Und hier Okay Ein Punkt noch Oh 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 Okay 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 Scheiße Ich seh gar nicht Leute Ich seh gar nichts Braun Ring Das gibt's doch nicht Wie schnell der ist Gut erkannt Was? Ach der ist länger Oh mein Gott Oh Gott Okay Letzter Punkt Los Den muss ich kriegen Was fehlt Was fehlt Schwarz ist da Ich seh's nicht Ich seh es nicht Da sind Ringe dran Da auch Ich seh's nicht Freunde Ich hab Ich hab keine Ahnung wo Ich seh's wirklich nicht Es gibt nicht viele Merkmale auf dem Bild Aber ich seh's nicht Wo ist der Fehler Sag's mir Wo ist der Fehler Och der ist länger Oh Mann Der ist länger Okay Oh okay Okay Ich seh's Ich seh's Der hier Das ist falsch Wo ist denn das Hier so Ja Ja Mann Ja Mann Gut gemacht Boah Das ist anstrengend Hui Das war Spiel Nummer 9 glaub ich ne Das war ein anstrengendes Spiel Freunde Auch wenn der Rapp zweimal in Himmel getippt hat Das Okay 40 45 Jetzt wird's aber langsam eng für den Rapp Lass mal auf die Torte gucken Okay 75 Doch noch zu erspielen Na gut Dann Ja Hinten sind die Schweine fett Okay Freunde Ähm Wenn euch der Part gefallen hat Macht das auch gerne Kenntlich mittels seines Daumen und Torte-Kommentars Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part Bis dahin Euch die Leute Wala du eres Und bis bald Bis bald